Sarah Lombardi, 26, trotz den Trennungsgerüchten Seit Wochen hatte es wilde Spekulationen gegeben, die schöne Musikerin sei wieder Single. Nach einer stürmischen Beziehung sollen die Brünette und ihr Partner Roberto sich getrennt haben. Mit kleinen Details hatte die Ex-Frau von Pietro Lombardi, 26, zuletzt aber darauf hingewiesen, noch immer in festen Händen zu sein, und tatsächlich, Sarah zeigte sich jetzt ganz verliebt in den Armen eines Mannes, der nur Roberto sein kann, in ihrer Instagram-Story postete die Mama. Des kleinen Alessio, 3, nun einen kurzen, aber prägnanten Clip, der wohl auch den letzten Zweiflern den Wind aus den Segeln nehmen dürfte, in ich schmust Sarah sich an einen Mann mit Kappe, dessen Gesicht bei genauerem Betrachten ganz eindeutig zu Roberto gehören dürfte. Das kuschelige Video versah die 26-Jährige nur mit einem kleinen Herzchen, wohl ein klares Zeichen für eine glückliche Beziehung, doch trotz des süßen Liebesbeweises dürfte die Neugierde ihrer Fans jetzt erst recht geweckt sein, schließlich verzichtet Sarah bisher noch immer auf weitere Pärchenbilder mit ihrem Freund. Ob die, genau hier Interpretin sich wohl einfach nur entschieden hat, ihre Romanze in Zukunft noch mehr aus der Öffentlichkeit herauszuhalten? Was denkt ihr, stimmt unten ab? Das ist schließlich auch ein privates Thema, 346 Nein, da steckt doch noch mehr hinter, Tipps für Promiflash. Einfach E-Mail an tipsitpromiflash.de